Heimskatt Röpsen ich habe auch nicht mein Tag heute so die Band die Klaus nur die Bahn holt sie noch bis zu stark die Mannschaft Mischini wird auch überfallen Morawas sind kackreicher aber wir gehören gar nicht zu gehen also nicht dass sie denken dass ein Königreich im Norden 1 Jahr bevor Schöne wieder Röpsen ich habe vor mein eigenes Reich zu gründen und dafür will ich als allererstes mal wir sind schon da 20 die nahe zwei Leute so habe ich vor diese Burg zu erobern weil Königreichs war der ist direkt am Mittelpunkt und keiner mag die keiner mag die wie fies alter wo wollte ich gerade hin bin ich nach Veja weiter mal kurz wei je 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 bei je je auch schön dann gehen wir noch mal nach je je ich denke über längere Distanzen können wir es dann auch mal Porten oder so was weil zum Beispiel hier hin wie er das gemacht hat ey da cheat ist auch schon im ersten Netz player aber ich glaube mit der jetzt habe ich mir wieder vorgecheatet das schlauer Fuchs ey ich glaube das ist jetzt schon mittlerweile als zweites Player ja was will denn keiner meiner Truppe anschließen ganz ehrlich so als soll man mal unsere Leute ein bisschen auszubilden und hier ist eigentlich immer gut was los jawohl wir sollten keine Seeräuber keinen Seeräuber ähm begegnen genau das aber die sagen von der ist auch schon so ein kleiner Hengst ich kann mich ganz leicht wechseln ganz leicht gut die Skillpunkte heben wir uns mal auf sehr wichtig und ich bin glaube ich relativ oh ja man ich bin so schnell ey ich glaube ich bin so schnell wie der kleine Bandit Bandit ne aber ehrlich nicht ich bin schneller und der wartet auch noch der kleine Fuchs ah der will mich hab ich gesagt es ist schlau dass er mich will ja komm spawn doch hier genau noch besser im Wald ey ja was den Kack teilt die um zu fighten ey jawoll ey guck mal wie die ausgerüstet sind ey wenn ich hier wegsneck hab ich erstmal geile Rüstung also nicht geil aber naja oh guck mal ein Nordrekrut ist schon tot ey was soll das denn ey Leute nicht meine Männer töten ich hab für den 10 Dinare bezahlt ey oh Junge komm ich sie für Bögen haben ey die Krise gesehen und noch einer Tod immer wenn da unten was so wo das ist seiner Tod ey kann ich gar nicht ey boah fick mir weh du schießt ihn ab ey du bist auch noch tot kommt komm her, komm her, komm her, komm her hier 3 getötet und 2 vor 100 okay dann haben wir schon mal erstmal einen Kurzbogen und einen Langbogen Langbogen heißt der Langbogen? ne Kurzbogen aber das ist ein Nomadenbogen okay 14 auf Stiefel gut nehmen wir, tauschen wir aus den Pfeil brauchen wir noch ähm und dann nehmen wir uns nochmal das Schild und wir sind schon mal relativ gut ausgerüstet 21,4, 23, nehmen wir das nochmal lieber und das nehmen wir mit und wir kaufen das alles schön jawoll und das hier sieht auch besser aus jawoll sehen wir schon mal aus wie ein richtiger Bandit geil so Matzen komm, von denen können wir nicht auch ein paar Leute klauen ey guck mal oh, schau mal so richtig oh, der sieht richtig gut aus dann nehmen wir nochmal ein paar Mordjäger äh, 3 jetzt ist Ausgleich 1, 2, 3 und Nummer 3 jawoll jetzt haben wir auf jeden Fall keinen Noobis mehr aber die holen wir uns ja jetzt so wieder und 3 Stück, das ist gut ich hatte mal 100 auf einmal gekriegt ey äh, äh, entschuldigung 100 Dinare bezahlt jawoll, der will mich auch ähm 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 ne, der wollte mich nicht ähm 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 entschuldigung, ich hab grad jetzt geht's wieder ähm jawoll, ein Bogen, Junge ne, es geht auch nicht ähm 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 so mit diesem vorgetäuschten Ding gerade hab ich wirklich geschafft mein Hals zu befreien ich kann mich, oh nein, die haben so viele nein, ist das Seeräuber, nein, ich vollfosten nein guckt euch mal die Rüstung von den, ey, wenn wir die wechseln, ich schwör euch, ey nein, was greift ich den Seeräuber an, bin ich völlig behindert im Kopf, ey ich steck mich sofort weg, ey ich hab noch eine Handwaffe, dann kann ich mich wenigstens ein bisschen decken, ey der Scheiß Bogenschütze, ey so brutal oh komm, verpiss dich, man, verpiss dich, man, ich sterbe sonst noch wegen dir, ey wenn ich sterbe, seid ihr sowieso im Arsch alter, hör auf, irgendwas nach mir zu werfen, ey, Digga, Mann oh nein, der stirbt, ey, wegen euch, Mann uh, 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 uh kickel, kickel, nein, ich hab noch daneben geschossen, ey geworfen, geschlagen jawoll, komm, komm, komm kickel, die mit der Rüstung, kickel, die mit der Rüstung, die mit der Rüstung, nein, das ist nur wieder ein Sturm, ey ich mach unbedingt mehr Männer, ey Oh, ich bin so, oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, die Männer müssen das alle, oh komm komm, ich sag, ich sag, ich schnau weg, der sieht mich nicht oh, ich hab noch mal oh, komm komm, komm komm, nein, ich hab mich das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich will risky oh, Junge, was gilt der nicht, was gilt der nicht, was gilt der nicht oh, Junge, ich hab jetzt getötet Alter sind viele gestorben Einer tot und fünf Uhr wundert, okay das ist gut gut die drei kinder weitergebildet werden die drei auch sie ganz gut aus das sieht sehr gut aus 730 alter sieben reichkopfschutz ich hätte lieber eine Rüstung aber viel lieber eine Rüstung ich habe keinen Platz mehr im Inventar da kann man was verkaufen gehen und wieder kommen Truppen befördert werden und ein Nordburgenschütze ich habe gar nicht so schlecht aus ich bin so dick verwundet die zwölf Prozent und hier sind die ganze Serie das ist so krank hier läuft die alle rum hier ficken die alle um ihr Leben und ich sehe gerade keine irgendwie komisch kommt Cheat wieder aktivieren Junge jetzt habe ich Angst mach beim Turnier bitte das ist so hammer gut geil ich habe 1000 Dinare ich kann jetzt nicht mein ganzes Geld verwenden oder kann ich das kann ich das 321 25 es schenken wir dem auch noch ein Geld ein Geld ein Dinare wir sind nur aufgarten sich beim Turnier mit man ja ich mach beim Turnier mit Platzigen nie kämpft einfach in der nächsten Runde jawohl jawohl hab ich wieder mal kein Pferd ne jawohl jawohl wer braucht schon Pferd ey Alter warum hab ich ja klar hab ich so wenig Leben ich wusste ey oh wenn ich jetzt sterbe ja nicht oh mein Gott woher kommen die ganzen roten ey fuck man ich hab ja gar kein live ey ey jetzt so ich cheat den jetzt mal live weil ich hab nicht gewusst dass das live auch noch dann im Turnier so down ist so down ey Junge Mann ich hab mir okay das war jetzt nur fair dass ich mir live gecheatet hab ja BÄM DINGA was willst du denn mit dem Kämpfchen hier gerade wer ist denn das Lanzknecht Lanzknecht Schwertkämpfer mit ner Lanze jawohl da haben wir gewonnen DINGAZ ich hab kein Geld auf mich gesetzt schade so jetzt setzen wir mal 100 Dinare 10 zu 1 sind die Wettquoten gegen mich jetzt schon mal ich krieg ich oh nein ey warum mach ich wieder so wenig live ich cheat immer jetzt vor jedem Ding live ey das ist so unfair das ist so ding unfair oh Junge man kill die doch ich hasse diese Lanze ich kann mit Lanzen gar nicht um ihn komm Digga komm Digga BÄM und wieder nix backen bekommen ey und ich hab wieder Schaden bekommen ey ja BÄM DINGA oh guck mal der hat was fallen lassen oder jawoll das Gewinn war so hart ich hab nichts dazu beigetragen ey ja jetzt hab ich das Schwert dir Digga so und ich hab keine Wette auf mich gesetzt was ich eigentlich tun hätte sollen wow Junge wow der hätte nämlich für einen Schlag weg snacken können das ist so fies ey ich bin blau ey wo ist mein anderer jawohl ich hab einen bewusstlos geschlagen Digga ja ist mein blauer Alter bist du gerade vom Pferd abgestiegen nein bist du nicht okay du hast einen weggesnackt freut mich Digga freut mich was hat denn der was hat denn der hat auch ne Lanze ey was soll denn das ja komm lass doch immer die beiden sich gegenseitig weggsnacken ey BÄM alter wie kann man dieser blöde Lanze soviel Schaden machen ey wie das nächste ist mein blauen weg mein Freund und BÄM von mir bewusstlos geschlagen ey und der ist auch weg und BÄM das Pferd noch bewusstlos schlagen so nein ich hab wieder keine Wette auf mich belaziert ey und ich hab dieses blöde Ball ey ach ok gut wenn ich die jetzt nicht wechseln wow das ist schwer die haben wollen Kutschwert Langschwert keine Ahnung ich bin echt leise zurückleid das tut mir ich will über anbeliebe ist aber ich soll gest es tut mir wohl über die Lüge und ich habe so eine scheiße gelabert und der Dinger was ist und ein Dolce ja komm her ja klar bist du nicht tot Lanzknecht jetzt platzieren wir mal eine Wette auf uns nächstes Mal zwei Teams mit dir zwei Kämpfern geil das liebe ich na klar ja wie deine ah da deine Lanzknecht oh jawoll ich hab hier erstmal dick Schaden zugefügt das ist schon mal Vorteil für uns und ich nehme seinen Bogen oh nein ich nehme seinen Bogen oh nein ich nehme seinen Bogen ey oh auf Übungsvers seit der denn da ey ich hab mir kein live gegeben ey Junge ey snack ihn weg du geiler hängst ey komm snack ihn weg weiß nicht wieder an mir ey dann haben sie den demütigen ja und dem sein Bogen geht doch wuuu so oh hier ist ähm ja so sei es kommt zwei Teams mit dir ein Kämpfer ich glaube das ist final ich befinde mich auf Rang 6 gerade ja komm ist klar der snack mich jetzt wieder so hart weg und ich hab an mein live gedacht jawoll und ich gebe ihm 20 Schaden ey 20 Schaden ist richtig viel Ben Digga 730 das war das Pferd okay jetzt denk ich aber weg mein Freund jetzt denk ich aber du hast so gedacht mit deiner Schaden jetzt kann keiner was tun ey Ben Digga das ist ein neiser Kampf ist was ein interessanter Kampf ich hätte ich nie gedacht okay ich sollte mich mal bewegen mein Pferdscher jetzt rennt er mir so blöd hinterher machst du mir nach oder was und Ben Digga Schaden durch eigene Lanze erlitten ich hab's euer Ernst ich hab mir selber Schaden durch warum hab ich so wenig live Digga Digga Junge wenn ich jetzt sterbe ich ich bin immer gestorben als ich diese Rang 6 gelesen hab wow Junge ja ich hab ihn gefickt ey ooooh ooooh ich hab das Turnier gewonnen jawoll ich hab 1.880 Dienare erhalten boah Digga was mit mir kaputt ist heute ey ich muss heute Nacht echt mal schlafen ey wie viel haben wir denn 1436 oh jawoll ey jetzt heißt es erstmal nach Udi warte Cheat aktiviert Cheat aktiviert gut ja ne warte doch Udi Nia Dutt oder sowas Udi Nia Dutt oder sowas Udi Nia Dutt und sie geben mir nur ein so Pussys und ich hab 34 Frames das gefällt mir so hart geil ey ahem ahem wow Seeräuber nein nein warte wenn ich mein Schwert raushole senken doch manche ihr ja genau mit meinem Schwert senken die ihre Schilder das ist gut so meine Bogenschützen freie Schuss ah nein ich will nicht angreifen ich will nicht angreifen komm kommen wir mal mit diesem wow ich hasse diese Bogenschützen machen mir jetzt schon Angst oh Leute snack doch mal einen weg ey bitte nur einen wenigstens ja komm den könnt ihr doch jetzt nur ficken oder jawoll 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 ich hab einen getötet wow 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 zum Angriff Männer zum Angriff und einer ist tot das gibt's nicht das gibt's nicht das gibt's nicht einer ist tot einer ist tot einer ist tot einer ist tot ey junge Mann und das war ein Vergi das war so ein ausgebildeter schon jawoll ah ok 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 das haben wir geschafft keine Verluste mehr keine Verluste jawoll jawoll Digga so die nehmen wir mit die geben Kohle später kann man Kohle machen ohne Ende wenn man Dörfer ablündert boah da freue ich mich schon drauf ey jawoll äh 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 Veteran machen wir mal einen Veteran und der sieht relativ hardcore aus Krieger Krieger jawoll 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 und ich wollte nach BZEK nach BZEK ja jawoll 5 Leute 51 Leute hat er dann schläg mich mal ein Leben